In Episode 12 der Sendereihe des nichtlokalen Bewusstseins reiche ich nach, was noch an weiteren traumhaften Anomalien aussteht. Denn es gibt noch einige Anomalien, welche durchaus, welche es durchaus wert sind, angesprochen zu werden, wenn wir schon von Traumanomalien sprechen. Und da gibt es auch noch ein paar Ergänzungen zum Thema des luziden Träumens bzw. zum Klarträumen. Und wir haben noch insgesamt drei Felder aufzuarbeiten. Sollte es noch weitere Anomalien geben, welche ich behandeln möchte oder welche behandelt werden müssen, so werde ich diese selbstverständlich ebenso noch nachreichen. Nun zu diesen Traumanomalien, die wir uns jetzt nochmal anschauen. Montag Allman war ein Psychiater und der hat das Traumlabor am Maimonides Medical Center in Brooklyn, New York gegründet. Und er hat 1973 zusammen mit Stanley Krippner und Alan Morgan das Buch Traumtelepathie oder im Original, denn im Deutschen erschien es meines Wissens nach erst 1977, 1973 in der Originalform. Dream Telepathie Experiments in Nocturnal Extrasensory Perception. Und das bedeutet also Traumtelepathie Experimente zu nächtlicher extrasensorischer Wahrnehmung und Rezeption sozusagen. Und da hat er festgestellt durch seine vielen Studien, dass manche Menschen, viele Menschen oder mehrere Menschen einen gleichen Traum bzw. gleiche Trauminhalte gleichzeitig träumen können und unabhängig voneinander den gleichen Traum berichten. Das bezeichnet man als Traumtelepathie und das zeigt im Grunde die Verschränkung, das zeigt auch im Grunde die Existenz des kollektiven Bewusstseins und auch die Existenz eines nicht lokalen von der Gehirnmaterie und der Gehirnchemie unabhängigen Bewusstseins und zeigt eben auch die informationelle Datenbank, in der alles gespeichert ist, dass man auf diese auch zugreifen kann. Es existiert das Phänomen der Außerkörperlichkeit auch während des Klarträumens und während anderer besonderer Bewusstseinszustände. Ich hatte ja beim Thema Nahtoderfahrungen bereits darauf hingewiesen, dass solche Visionen auch durch Meditation und anderen besonderen Bewusstseinszuständen auftreten können. Bei der Außerkörperlichkeit während des Klarträumens handelt es sich um das bewusste Verlassen eines Menschen, des Körpers, der dies bewusst im Traum steuern kann und sich dessen Vorgang auch noch bewusst ist. Das bedeutet, er steigt aus seinem Körper aus und kann dann eben verifizierbare Beobachtungen machen, wie bei außerkörperlichen Erfahrungen im Rahmen von Nahtoderfahrungen, bei Herzstillstandpatienten beispielsweise. Und da ist es eben so, dass das im Rahmen von Klarträumen, vom luziden Träumen auftritt und er in diesem Traum sich bewusst ist, dass er träumt und sich bewusst ist, dass er das kann und dann bewusst aus seinem Körper aussteigt und dann verifizierbare Beobachtungen macht. So zum Beispiel kann ich auf Ernst Welty verweisen, einen Schweizer Wissenschaftler der Physik und Chemie, der bereits 1983 ein Buch dazu verfasste und zwar Der dritte Kreis des Wissens. Kommen wir nun noch zum letzten ansprechbaren, derzeit ansprechbaren Thema in dieser Thematik insgesamt und zwar zum Thema Astralreisen. Als Astralreisen bezeichnet man Reisen in jenseitige Ebenen und Welten und außerkörperliche Aufenthalte an anderen Orten, wo es wieder zu verifizierbaren Beobachtungen und manche Menschen sagen sogar zu Beobachtungen kommen kann, wie sie bei der Bilokation bereits auftreten können, sodass man den dann sieht, dass man diese Erscheinung dann sieht und er das bestätigen kann, dass er da war und so sich die Realität der Astralreise tatsächlich bestätigt. Und großen Aufwind hat dieses Thema wieder bekommen durch Robert A. Monroe, der 1971 das Buch Journeys Out of the Body, also Reisen außerhalb des Körpers, veröffentlichte und dort auch einige Meditationstechniken an seinem Monroe-Institut unter anderem getestet hat und überprüft hat und dort eben schildert, wie es zu solchen Astralreisen kommen kann. Da sollte man dann entweder meditieren oder sich in eine besondere Lage bringen und dort dann eben einen solchen Bewusstseinszustand erreichen, wozu es einige Anleitungen tatsächlich gibt, die auch funktionieren sollen. Und das, soviel dann noch zu den weiteren Traumanomalien, zu wahrhaft traumhaften Anomalien sozusagen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wie gesagt, sollten noch Traumanomalien ausstehen oder ich diese vergessen haben, so reiche ich sie selbstverständlich nach. Ansonsten diese restlichen, gar traumhaften Anomalien hier zusammengefasst in der zwölften Episode der Sendereihe des nichtlokalen Bewusstseins. Ansonsten 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 Ansonsten